Heißer Sommer, heiße Gerüchte, das sind die 4Players News. Moin und herzlich willkommen zu den 4Players News am Dienstag. Wir starten heute mit einer ganzen Wagenladung an Gerüchten in die News, denn auf thoroughout.com wurde ein Artikel veröffentlicht, der Einsichten in das neue Xbox-Programm von Microsoft gibt. Da wird nicht nur spekuliert, da wird sogar gesagt, so ist es, denn man hat angeblich interne Dokumente und andere Leaks, die das belegen. Wir wissen natürlich überhaupt nicht, ob das stimmt, deswegen sind das Gerüchte, aber interessant ist es allemal, denn da wird behauptet, dass die kommende Xbox-Codename Scarlet nicht nur ein, sondern gleich zwei Geräte sein wird. Und so soll es nämlich einmal eine normale Konsole geben, so wie wir das kennen, von der PS4 und der Xbox One und eine Streaming-Box. Von der normalen Konsole ist tatsächlich noch gar nicht so viel bekannt, da hat man wohl gerade mit der Entwicklung begonnen, denn das Ganze soll so im Jahr 2020 ungefähr erscheinen. Wie gesagt, alle Angaben sind hier tatsächlich ohne Gewehr. Interessant ist hingegen diese Streaming-Box, denn diese Streaming-Box soll nur dazu da sein, Cloud-Gaming zu ermöglichen und trotzdem alle Inhalte von Xbox Scarlet auf den Fernseher bringen. Das heißt, diese Streaming-Box ist nur dazu da, euer Controller-Input zu verarbeiten, eine Verbindung zur Cloud herzustellen und Teile des Spiels lokal zu berechnen. Ein Großteil davon wird aber in der Almighty Cloud berechnet. Das heißt, ihr streamt die Spiele, ihr habt die Spiele nicht mehr, so wie es jetzt auch schon mit PlayStation Now ist. Allerdings ist das Gerät selbst nicht mehr leistungsfähig genug, um überhaupt Spiele abspielen zu können. Das ist mehr so ein, wie so ein Amazon Firestick oder so ein Google Chromecast oder so. Etwas, was das zwar auf den Fernseher bringt und auch ein bisschen mit Input arbeiten kann, aber keine echte Konsole. Das heißt, man ist da hardwaretechnisch auch günstiger und wird das günstiger am Markt anbieten, denn angeblich ist das Ziel von Microsoft, alle Scarlet-Inhalte auf allen Scarlet-Plattformen anzubieten und den Xbox-Dienst auf so viele Plattformen wie möglich zu haben. Das klingt interessant, ist natürlich alles überhaupt nicht belegt. Würde natürlich der News entsprechen, dass Microsoft mehr in die Spiele investieren will und im derzeitigen Trend zum Spiele-Streaming ebenfalls. Wir sind gespannt, ob da was dran ist an diesen Gerüchten, denn auf dieser E3 wurde ja bereits angekündigt, dass man an Xboxen arbeitet. Dementsprechend könnte so eine Geräte-Familie natürlich durchaus der Wahrheit entsprechen. Ob Sony auch sowas in der Entwicklung hat, ist unbekannt. Ob das überhaupt in der Entwicklung ist, ist ungewiss. Das hier ist ein Gerücht, wenngleich ein sehr interessantes. Die ehemaligen Evolution Studios, derzeit Codemasters Cheshire, sind glücklos. Das neue Projekt Onrush, was Anfang Juli veröffentlicht wurde, ist nämlich gescheitert. Nur 1000 Spiele wurden angeblich in der ersten Verkaufswoche in England abgesetzt, was ein verschwindend geringer Anteil der Verkäufe ist und was natürlich dazu führt, dass mit dem Spiel erst mal kein Geld verdient wurde. Onrush ist so ein Multiplayer-Action-Rennspiel, wo es weniger darum geht, Rennen zu gewinnen, sondern mehr darum, den Gegner von der Piste zu drängen, in der Gruppe abzuschießen und eher Kämpfe zu gewinnen. Die Evolution Studios haben ja bereits mit DriveClub einen Start abgeliefert, der alles andere als rund lief, wenn gleich DriveClub über die Jahre zu einem immer besseren Spiel wurde und spätestens nachdem die Online-Komponenten funktionierten, auch in der Grundversion ganz gut war. Allerdings hat jetzt Codemasters angeblich die Notbremse gezogen. Denn, so wird aus Kreisen des Studios bekannt, wurde die komplette Führungsriege entlassen. Da wird angegeben, dass vor allen Dingen die Kommunikation sehr schwierig gewesen sei und dass das eben alles in der Entwicklung nicht so gelaufen ist, wie sich Codemasters das mit seinem neuen Studio vorgestellt hat. In der Belegschaft herrscht jetzt natürlich die Angst, dass man zu einem Support-Studio für Codemasters verkommt, das nur zuarbeiten darf und keine eigenen Projekte mehr stemmen darf. Man wird sehen, was da jetzt noch kommt. Fakt ist, Onrush ist gefloppt. Bethesda hat eine Wasserstandsmeldung zur Entwicklung von Starfield abgegeben und beschwört die Spieler da, Geduld zu haben. Todd Howard hat in einem Interview gesagt, dass man erst nach der Veröffentlichung von Fallout 4 so richtig in die Entwicklung eingestiegen ist. Das ist jetzt noch nicht so lange her, wenn man sich überlegt, wie lange ein Bethesda-Spiel in der Entwicklung ist. Starfield ist außerdem eine neue Marke, ein sehr ambitioniertes Projekt und da soll man wohl ein bisschen Geduld haben, bis das Spiel veröffentlicht wird. Die Konzeption habe schon vor fünf bis sechs Jahren begonnen und die ersten Ideen hat man schon seit über einem Jahrzehnt. Das scheint ein Projekt zu sein, was Bethesda recht wichtig ist und da will man wohl auch so lange warten, bis das Projekt so weit und so gut ist, dass man es auch sinnvoll veröffentlichen kann. Todd Howard hat dann auch nochmal betont, dass er versteht, wie wichtig den Spielern der Singleplayer ist und dass Bethesda da alles dransetzen wird, das weiterzuentwickeln, dieses Konzept des Einzelspielerspiels. Er betont, dass Spiele in letzter Zeit immer wichtiger geworden sind und zu einem immer größeren Bestandteil des Spielerlebens werden, also über dieses kleine Hobby-Nischen-Ding hinaus. Er betont, dass besonders die Immersion wichtig ist und dass man den Spieler, solange er eben im Spiel ist, auch an einen anderen Ort bringen will, um ihn so ein bisschen aus dem Alltag zu ziehen und ihm eben Ablenkung und Abwechslung zu bieten. Das ist gut, denn Singleplayer-Spiele sind auch für uns wichtig und wir freuen uns natürlich, je mehr Spiele und je mehr verschiedene Spielearten es gibt, desto besser. Das waren die 4Players News für heute. Wie immer freue ich mich über euer Interesse und wenn euch das hier ein bisschen gefallen hat, dann bitte ich euch, euch die Daumen wund zu liken und den Abo-Knopf zu maltrittieren, bis die Maus kaputt ist. Außerdem könnt ihr natürlich wie immer kommentieren, was ihr von den Themen dieser Sendung haltet. Zum Beispiel glaubt ihr, dass das Xbox-Projekt genauso laufen wird, wie es jetzt in diesem Leak ist und würdet ihr euch eine Streaming-Box kaufen statt einer echten Konsole, wenn die Streaming-Box deutlich günstiger ist als die echte Konsole, aber die gleichen Inhalte liefert? Ich bin da sehr gespannt auf eure Meinung. Wir sehen uns morgen, ich bin raus und tschüss! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!